Willkommen zurück auf meinem Kanal. Vietnam ab 2020 im Formel 1 Rennkalender. Es ist offiziell, die Formel 1 wird im April 2020 auch in Vietnam fahren. Die 5,565 Kilometer lange Rennstrecke wird eine Hybridstrecke sein, was bedeutet, dass ein Teil auf den öffentlichen Straßen vorne neu stattfinden und ein Teil zusätzlich gebaut wird. Seitdem Liberti Media 2017 das Ruder übernommen hat, ist es der erste neue Kurs in einem Rennkalender. Auffällig sind die beiden extrem langen Geraden mit 800 bzw. 1500 Metern Länge. Die berechnete Höchstgeschwindigkeit soll bis zu 340 kmh betragen und insgesamt 22 Kurven soll es geben. Der Kurs führt am Nationalstadion vorbei, wo die Straßen breiter sind, denn ursprünglich sollte die Strecke um den Huan Kim See führen, der sich nicht weit vom Stadtkern befindet. Noch zu Zeiten von Bernie Eccleston wurde Vietnam immer wieder in Verbindung gebracht, aber nie durchgesetzt. Dieser Kurs ist eine Mischung aus den Strecken wie dem Nürburgring, Russland, Monte Carlo, Japan und Malaysia. Der Vertrag gilt über mehrere Jahre und das Budget für den Grand Prix muss aus dem privaten Bereich kommen. In der Videobeschreibung findet ihr eine 3 Minuten 21 lange Streckenvorschau. Und jetzt schreibt mir eure Meinung zu dem Vietnam Grand Prix in die Kommentare. Das war's mit den Formel 1 News. Sollt es euch gefallen haben, dann gebt dem Video einen Daumen nach oben und abonniert diesen Kanal, um keine meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!